Was ist eigentlich One Stroke? Das ist One Stroke. One Stroke kommt aus der Malerei. Das Ganze ist einfach nur eine Maltechnik, bei der ihr mit einem Pinselstrich mehrere Farben auftragen könnt. Diese Farben verwischen dann ineinander. Hier ein paar kleine Beispiele. Diese Technik ist natürlich wieder etwas schwieriger, aber wenn ihr das dann drauf habt, bekommt ihr dann wirklich Tiefe in eure Kunstwerke auf dem Nagel und ist natürlich auch wieder ein sehr schöner Hingucker. Aber was benutzt ihr nun am besten, um One Stroke zu machen? Das Ganze funktioniert am besten auf dem Nagel mit Acrylfarbe. Natürlich nicht das Acryl, was wir zum Nägel machen benutzen, sondern das Acryl, womit ihr auch auf Leinwände malen könnt. Dabei ist es relativ egal, was für Farben ihr nehmt. Die sollten allerdings nicht zu schnell trocknen. Denn wenn die Farben zu schnell trocknen, kann es passieren, dass der Farbauftrag, während ihr die Blume malt oder was auch immer, abreißt. Und das ist natürlich blöd, dann müsstet ihr wieder von vorne anfangen. Es gibt natürlich spezielle One Stroke Farben. Ich habe welche bestellt, die sind leider noch nicht da, sonst könnte ich sie euch zeigen. Mache ich aber im One Stroke Video, wo ich euch dann auch zeige, wie das Ganze richtig funktioniert. Die kosten natürlich ein bisschen mehr, ist klar, aber dafür sind die wirklich perfekt geeignet, um das Ganze auf den Nagel zu bringen. Bei Pinseln würde ich euch eher kleinere empfehlen. Das heißt maximal Größe 4 bis Größe 2. Ich persönlich bin mit Größe 2 immer persönlich am besten klargekommen. Dann gibt es auch noch abgeschrägte Pinsel extra für One Stroke. Ich persönlich komme mit den Geraden, aber müsst ihr aber selber mal ausprobieren, was für euch die beste Methode ist. Und das Ganze werden wir dann nochmal in dem One Stroke Video genau durchgehen. So, das war es auch schon mit dem What The Fuck Video für heute. Ich hoffe, ich konnte euch den Begriff One Stroke ein wenig näher bringen. Das Ganze werden wir, wie gesagt, noch in einem längeren Video genau durchgehen, wie das Ganze funktioniert. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.